hallo meine lieben willkommen zu einem neuen video bei mir ist gerade eine also hier hier südlich also östlich ne nötig vor mir ist eine gewitterfront die hat schon eifrig gedonnert aber keine blitze und ja wie gesagt bei mir in rheinland pfalz sind heute die sind heute die schauer ziehen heute gewitter vorüber und ja und es hat vorhin schon eifrig gedonnert gerade wieder also wir haben hier eine schöne gewitterfront hier liegen als eine schöne front mit blitzen als das blit also sondern schon ganz eifrig und ja ich muss ich freue mich dass jetzt bei mir die gewittersaison schon angefängt also man sieht hier schön da vorne hier ist die linie und hinten ist der blitzkanal und es tut schon eifrig krachen als es dann schon eifrig leider noch keine blitze aber es donnert und eifrig und und hier und hier sieht auch aus als wird hier wird noch hier noch mal was tun oder entwickeln dass diese und hier aufzieht und sich hier verbreitet es könnte sein dass dieses gewitter sich hier sogar noch 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 weiter weiterentwickelt wenn ja ich für alle gewitter fans ich für alle gewitter fans ja ich denke ich habe gesagt ich mache mal wieder video für euch und ja macht's gut ciao